Den Scenic Kunden stehen zwei unterschiedliche Dieselmotoren mit einem Hubraum von 1,6 Litern zur Auswahl. In Verbindung mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe entwickelt dieser Motor in der Version Energy DCI 130 eine Leistung von 96 kW und ein maximales Drehmoment von 320 Nm. In der Version DCI 160 hingegen stehen dem Kunden 118 kW und 370 Nm zur Verfügung. Letzterer Motor ist mit einem 6-Gang-EDC-Doppelkupplungsgetriebe erhältlich. Alle Dieselmotoren entsprechen dem neuesten Stand der Technik und realisieren niedrige Kraftstoffverbräuche, stoßen wenig CO2 aus und das bei maximalem Fahrspaß.